guten tag liebe teens ich begrüße euch ganz herzlich bei der hour of power heute mache ich das thema und auch wenn wir uns jetzt nicht persönlich gegenüber sitzen können freue ich mich sehr dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe dass ihr auch dass es euch und euren familien soweit gut geht und dass ihr die zeit trotzdem genießen könnt und eine ganz starke zeit mit euren familien habt genau heute beschäftigen wir uns mit markus kapitel 5 vorletzte woche hat matthias ja schon markus kapitel 4 gemacht und jetzt mache ich markus kapitel 5 genau wir fangen erst einmal an in dieser in diesem kapitel gibt es drei verschiedene geschichten das sind einmal der besessene über den hat hat matthias letzte woche bereits gepredigt dann gibt es die blutflüssige frau und dann gibt es noch die tochter des jairus und die beiden geschichten hängen ein wenig miteinander zusammen aber heute will ich euch genau die blutflüssige frau vorlesen erstmal die geschichte genau und wir fangen an in markus kapitel 5 25 bis 34 dass die geschichte und ihr könnt das ja auch gleich parallel dann aufschlagen und mitlesen ließ erst einmal vor wir haben jesus der kommt ans land vorher ist er im schiff gefahren und da ist eine ganz große menschenmenge die um ihn herum ist und er ging mit ihm und es folgte ihm eine große menge nach und sie bedrängten ihn und es und es war eine gewisse frau die hatte seit zwölf jahren den blutfluss und hatte viel gelitten von vielen ärzten und alle gut aufgewendet ohne dass es ihr geholfen hätte es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden genau also das ist die ausgangslage wir haben eine menschenmenge da sind ganz viele leute die irgendwas von jesus wollen die irgendwelche probleme haben und darunter befindet sich eine frau die ist seit zwölf jahren hat sie eine krankheit dies blutflüssig und das bedeutet natürlich dass sie viele dass sie sowohl körperliche schmerzen hat aber in dem fall bedeutet es auch eine soziale meidung weil wer blutfluss hatte der galt als unrein das ist ihr kennt das bestimmt auch wenn jemand in der schule ganz dolle pickel zum beispiel hat dann flüstert man ja auch wo der sieht jetzt nicht so schön aus der ist hässlich und so das kenne ich noch aus meiner schulzeit dass das gemacht wurde und so wird das auch mit dieser frau gewesen sein dass die zum beispiel nicht an den tempelopfern teilnehmen durfte oder an bestimmten rituellen festen und deshalb hat diese frau viel geld ausgegeben um geheilt zu werden aber es hat bisher nicht funktioniert und jetzt geht es weiter als sie nun von jesus hörte kam sie unter dem volk von hinten heran und rührte sein gewand an denn sie sagte sich wenn ich nur sein gewand anrühre so werde ich geheilt und zugleich vertrocknete der quell ihres blutes und sie merkte es am leib dass sie von der plage geheilt war okay diese frau berührt also sein gewand und sie sagt zu sich wenn ich nur sein gewand anrühre so werde ich geheilt sie geht also mit der erwartungshaltung in dieser situation geheilt zu werden und das obwohl sie einen grund hätte zu sagen ich werde sowieso nicht geheilt weil zwölf jahre blutfluss und sie wird sicherlich auch viel zu gott gebetet haben stelle ich mir so stelle ich mir das vor aber es hat all die zeit nicht gebracht und jetzt wurde sie sofort geholt geheilt weil sie es so erwartet hatte und diese hoffnungsvolle erwartungshaltung hatte genau wir lesen einmal weiter jesus aber der in sich selbst erkannt hatte dass eine kraft von ihm ausgegangen war wandte sich sogleich inmitten der menge um und sprach wer hat mein gewand angerührt da sprachen die jünger zu ihm du siehst wie das volk dich drängt und spricht wer hat mich angerührt und er sah sich um nach der die das getan hatte aber die frau kam mit furcht und zittern weil sie wusste was an ihr geschehen war und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze wahrheit er aber sprach zu ihr tochter dein glaube hat dich gerettet geh hin in frieden und sei von deiner plage gesund okay diese frau ist blutflüssig und jetzt berührt sie jesus gewandt und wird geheilt und als sie als er sie fragt wer hat mich berührt da meint das nicht dass jemand sei jemand die gewände einfach nur berührt hat sondern er hat gespürt dass er sie geheilt hat weil da sind so viele menschen um ihn rum da wirst du zwangsläufig berührt und in der jüdischen kultur ist es so wenn eine frau ihre regel hat wenn sie blutflüssig ist dann gilt alles was diese frau berührt als unrein das heißt wenn diese frau sonst gewöhnlich die gewänder von anderen menschen berührt hat dann hat sie nichts als abscheu und ekel erfahren und jetzt aber erlebt sie dass jesus sagt tochter dein glaube hat dich gerettet geh hin in frieden und sei von deiner plage gesund das heißt jesus stören deine krankheit nicht deine unreinheiten und fehler nicht sondern er sieht sie so wie sie ist und begegnet ihr so dass es ihr hilft genau und ich möchte jetzt dass du drei punkte aus dieser geschichte mit nimmst erstens eine frage was ist deine erwartungshaltung wenn du in die gegenwart gottes kommst ein beispiel aus meinem leben ich hatte es in der schulzeit sehr schwer freunde zu finden und war lange zeit sehr einsam als ich mit der schule fertig war habe ich angefangen zu studieren mir sportvereine gesucht und so weiter habe also ein anderes leben und andere ja andere tätigkeiten mir gesucht und ich hätte jetzt mit der erwartung in diese neuen situation gehen können ich finde ja keine freunde hatte ich in der schule nicht wieso sollte sich das ändern wenn ich so gedacht hätte dann hätte ich vermutlich irgendwo in der ecke gesessen und mich gar nicht weiter an den unterhaltungen von anderen beteiligt ich habe aber es anders gemacht ich bin zu den info veranstaltungen hingegangen zu den kennenlernen veranstaltungen habe mich bewusst mit leuten unterhalten und getroffen und logischerweise was ist gekommen ich habe freunde gefunden und deine erwartungshaltung mit der du in situationen hinein gehst beeinflusst automatisch die art deines handels diese frau in der geschichte hätte sehr sehr verbittert sein können weil zwölf jahre hat sie gebetet hat sie um ärzte ist sie zu ärzten gerannt und es hat nichts gebracht aber trotzdem ist diese frau mit offenheit in die situation gegangen und ich glaube dass es das war was sie gerettet hat oder was sie ihr geholfen hat dass was dazu geführt hat dass sie geheilt wurde nicht dass sie so lange krank war und dass jesus jetzt mitleid mit ihr hatte was man ja auch meinen können könnte nein es war ihr glaube die tatsache dass sie mit einer offenen erwartungshaltung hinein gegangen ist in die situation der zweite punkt jesus stören deine fehler nicht diese frau war unrein alle anderen menschen sind ihr mit ekel begegnet aber jesus hat sie geliebt er hat ihr ihr seine liebe gezeigt und genauso ist das mit dir das was du verkehrt gemacht hast wo du dich unwürdig fühlst das interessiert ihn überhaupt nicht das einzige was ihn interessiert und das ist auch das was bei jesus so besonders ist und dass ich so an ihm liebe ist dein herz ist das was du denkst und fühlst dein glaube der dritte punkt strecke dich nach jesus aus jesus war von hunderten leuten umgeben die sicherlich alle irgendwelche probleme hatten aber ist die bibel erzählt uns nur von dieser einen frau und warum weil sie sich nach ihm ausgestreckt hat und das macht den unterschied deshalb steht die geschichte dieser frau in der bibel und nicht die von allen anderen menschen die vielleicht auch berührt worden sind okay das sind die drei punkte ich wiederhole noch mal deine erwartungshaltung jesus interessieren deine fehler nicht und strecke dich nach jesus aus und für die nächste woche bitte ich dich zu überlegen was sind deine erwartungen wenn du in eine begegnung mit jesus gilt gehst was sind deine erwartungen wenn du in den lobpreis gehst erwartest du es hat ja die letzten wochen auch nicht geklappt jetzt wird es bestimmt nicht funktionieren oder erwartest du jetzt klappt es und das was wir denken das beeinflusst unser handeln und treibt uns voran und deshalb ist das so wichtig darüber hat matthias ja auch schon vor zwei wochen gepredigt die macht der worte und da ermutige ich euch einfach euch zu reflektieren in dem was sie tut und ebenfalls für die nächste woche dann auch das nächste kapitel lesen markus kapitel 6 genau und ich wünsche euch dann eine gesegnete woche es geht ja auch die schule nächste woche wieder los ihr schafft das auch wenn es vielleicht blöd ist aber ihr macht das jesus ist bei euch und ich wünsche euch eine gesegnete zeit tschüss